so hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft wenn den rog ich wollte eigentlich wenn er auch genau ich wollte eigentlich wenn er auch spielen kann ich leider aber nicht das rezeptbuch behalte ich diesmal aus einer weise mal ich wollte wenn er auch spielen das problem ist nur ein zombie wie sich der schaden ich weiß es nicht aber es leckt hallo hallo cool es läuft auf jeden fall flüssig der server der dreht ein bisschen am rad der server aktuell ich weiß nicht was hier los ist das hatte ich gerade bei wendell rock habe ich gestartet also man konnte die lobby gehen und dann ja wenn das spiel startet fällt man durch den boden ist tot und erscheint wieder in der lobby aber keine npcs da und man hat zwei leben noch und dann kann man zweimal sterben und dann liegt man da tot in der lobby rum ja das ist nicht ganz so schön ich wollte eigentlich mein set 2 so schnell nicht aufnehmen erst wenn ich wieder ein bisschen stuff habe aber wenn ich natürlich wenn den rog nicht aufnehmen kann dann muss ich mein set 2 aufnehmen ich meine ich könnte auch noch andere spiele aufnehmen aber mein set 2 ist halt so ein spiel da nehme ich dann eine halbe stunde auf und habe drei folgen bei anderen spielen habe ich 20 versuche und habe dann eine folge dann bin ich da zwei stunden zusammen gange oder so dass ich eine ordentliche folge zusammenkriege weil ich nicht alles nehmen werde das ist nicht mein stil so ich glaube ich habe wieder in der nähe von der cindia gespawnt oder bin in der nähe von der cindia gespawnt obwohl ich eigentlich irgendwie random geklickt habe ich bin mir nicht so ganz sicher ich laufe einfach mal creyfeld ein weil man eigentlich lieber der straße folgen sollte eigentlich und lieber ja das wort eigentlich sollte man eigentlich nicht benutzen weil das impliziert dass man es nicht genau weiß ja ich hatte jetzt eine woche lang kurs über mitarbeiterführung und da lernt man so quatsch dass mal dass sowas wie nicht oder nein oder problem oder würde hätte könnte sollte vielleicht und eigentlich dass das alles worte sind die man nicht benutzen soll genauso wie nicht jetzt auch wieder dass man soll andere worte benutzen so müsste man es formulieren es ist auch schwer darauf zu achten dass man sowas nicht sagt weil man eigentlich immer irgendwie nicht vielleicht nein sonst sowas sagt der da oben denkt wohl hier ist pvp ist mir egal hier ist kein pvp hier ist kein pvp gebiet brauchen wir auch nicht angreifen spacko das spiel nicht verstanden oh man gut der das spiel nicht verstanden das ist gut der ist vielleicht ein neuling es sind nicht viele leute online dort trotz dass sonntags mittags jetzt gerade ist also sonntags ja schon samstags mittags ja dann gehe ich mal hier hoch das ist diese west gebaute burg ever ich muss eigentlich mal eben mit dem handy gleich antworten jemanden oh geil nächstes der heal portion und eine melone ich wusste gar nicht dass sie überhaupt truhen sind empty bottle kann ich auch gebrauchen ich kann alles gebrauchen aktuell ich bin ja neu jetzt wieder neu gespawnt und ja jetzt habe ich gerade gegen meine maus gehauen wie ihr seht ist die bisschen sensibel eingestellt aber noch ich liebe es staats und erschieft menschen kann ich denn irgendwas jetzt nicht möglichst schnell noch abschließen was habe ich denn da gemacht heavy metal zombie kill zombie achso iron zombie okay twinkle toes shiny toes ich hasse die ich habe erst zwei shiny toes gekillt die killen mich immer die habe ich auch noch nicht gesehen die revenants forsaken habe ich auch noch nie gesehen pikman oh 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 giant ich wusste gar nicht dass es sowas hier alles gibt wolf allgemein mobs okay ich habe noch keine oh doch ich habe was ich habe zwei spieler gekillt ja oder ich dachte ich hätte nur eingekillt da kids player ist ein ich muss mich öfter infekten lassen habe ich das gefühl gut auf geht's dumm 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 ich kann auf jeden fall keine blätter schlagen das ist nett ich muss mich mehr an das rezeptbuch glaube ich halten profil ins ups nein das ist mir egal achso hier kann ich sehen wie gut ich bin ah cool okay fünfmal mit dem steinschwert jemanden töten dann bin ich nächstes level die beiden kann ich zerstören das möchte ich behalten wobei man mit slash recycle ja auch da reingucken kann dieser husten das tut mir leid ich brauche oder ich müsste mir mal müsste das ist auch wieder das wort das ich eigentlich nicht benutzen darf mal gucken was da für rüstung was ich mir für rüstung bauen könnte oder sowas hier müsste ich auch abbauen aber wie kriege ich die abgebaut das ist die frage kriege ich die mit einer ganz normalen steinaxt abgebaut ich muss mir auf jeden fall steinexte und sowas alles bauen nicht so wie letztes mal mit holz die ganze zeit rumrennen oh eine stadt das ist nicht ist sind ja das weiß ich das ist irgendwas mit haar glaube ich ne hier war ich ja schon ein paar mal da wird es wahrscheinlich vor zombies wimmeln wahrscheinlich ist auch ein wort was ich nicht sagen darf ich gehe davon aus dass da viele zombies sind oh man also dieses ganze nicht die ganzen ko worte die die wegzulassen das ist richtig schwer das ist wirklich schwer die ganzen die ganzen sachen wegzulassen ja weil ich bei der alten keine eins in der in der arbeit geschrieben habe dann hat sie ein problem mit mir weil ich alles was ich wusste hingeschrieben habe und die zettel die waren alle randvoll und sie sagte wenn man viel schreibt kriegt man eine eins oder so hau ich mich auf die fresse nein ich würde nie jemanden schlagen da schwimmt ein shiny toe da ist irgendwer ertrunken gerade oder warum hat ground ist doch eigentlich ertrunken oder nicht nein 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 ich will nicht jetzt schon am anfang sterben wieder ja genau bleibt im wasser nein 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 wow ich habe ihn tot gekriegt gott sei dank das war auch immer knapp ich habe keine pfeile ich habe wenigstens einen bogen von ihm gekriegt das ist schon mal nett äh das war sehr knapp muss ich echt gestehen von einem schwimmt ein zombie oh ich habe pfeile na super headshot ne kein headshot hat auch nichts gedroppt schade oh boy oh boy das problem ist dass man ja nicht regeneriert durch volle leben äh volles essen das finde ich richtig scheiße hallo spieler noch ein bogen das ist gut da war der nicht dran sonst hätte ich es nicht zerstören können also der scheint afk hier rum zu stehen dumm 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 ah jetzt ist er rausgegangen ah wie viel essen es ist das ist sehr schön dass ich viel essen kriege normal müsste ich rennen weil jedes mal wenn ich was esse werden ja auch meine leben aufgefüllt ja ja ich weiß ich brauche pickaxe ah cool ich habe alle drei sachen die ich brauche um leute zu heilen dumm 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 jetzt habe ich meine eigenen wunden geheilt das war sehr schlau ich muss mir merken dass ich nicht den scheiß auswähle bleib hier bleib hier ja wie manche leute auch nicht stehen bleiben wenn man die heilen möchte als wäre ich denn jetzt stundenlang hinterher laufen möchte thank you ja bitte 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 ich höre die ganze zeit zombies was nicht so schön ist ich habe schon wieder nicht gesagt ich weiß spinnweben das ist gut das ist gut erstmal zu machen damit mich kein zombie von hinten erwischen kann hier ist leider kein keine kiste da ist eine kiste das ist eine kiste ich habe schon wieder